Was geht ab, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem babamäßigen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe zahlreiche Nachrichten erhalten, dass unsympathisch.tv auf meinen Song reagiert hat und ich dachte, wir reacten einfach mal heute auf das Ganze. Bin ich ja mal gespannt, was so auf mich zukommt, ne? Ich bin over. Du brauchst mir das Spiel zu erzählen, meine Liebe, sie war gar nicht wichtig. Wo rappt der Kollege denn rein? Bro, der Inscope ist auch am Start, Digger, stabil. Ich habe noch nie einen Rapper gesehen am Mic auf ne 125er. Bitte lass es wirklich ne 125er sein, ich kann nicht schon wieder Leute in meinen Kommentaren haben. Bruder, das war nicht. Schreib Damian an, da hast du eine Antwort. Pick auf die Bitch, ja, ich habe ein Ziel, weil die Musik ist jetzt alles für mich. Wenn du schaust, sieh alle meine Parts an und sie weiß genau, sieh wieder an mich, Raman. Doch, ich sage nein, nein, ich habe keine Nightmare. Ey, der Fiat, der Fiat, der Fiat, guck mal aus dem Kopf, guck mal wie erschüttert, Digger. Ey, ich muss euch sagen, der zweite Rapper, auch nicht schlecht, wäre dieser eine Unfall mit dem Mikrofonständer nicht gewesen. Würde ich hier ne 10 von 10 rausholen. Ich habe, wie gesagt, vom Style her auch mit der Skibrille auf der 125er, Bild. Danke auf jeden Fall an Sascha für seine lustige Reaction auf meinen Song. Ihr könnt euch alle abchecken, hier auf YouTube ist das Musikvideo. Auf Spotify gibt es den Song auch, Tony1Z7, fängt gerne ab. Ja, Mann, wir sehen uns. Ja, Mann, wir sehen uns. Ja, Mann, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017